Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Heute steht es hier an, unser Auswärtsspiel gegen Hansa Rostock und da bin ich echt mal gespannt, was da so passieren wird. Aber auch drüber rum gibt es mal wieder auf Schalke sehr viel zu besprechen, vor allem bezüglich Matthias Tillmann, was er bereits jetzt schon auf Schalke entscheidet und auch in Sachen Hauptsponsorsuche. Zudem reden wir auch heute mal über Norbert Elgert, denn der hat klar gemacht, dass es bislang zwischen ihm und Karel Gerratz noch keinen Kontakt gab und das hat zumindest mal in Fankreisen für Verwunderung und auch Kritik gesorgt. Ansonsten hat die Watz auch nochmal die ganze Thematik Torwart-Debatte aufgemacht zur Rückrunde. Auch darauf blicken wir hier und heute nochmal in den aktuellen S04 News. Schaut zudem auch gerne auf Schalke Insight Clips vorbei, da lohnt sich heute Morgen auch nochmal die Vorschau auf das Spiel gegen Hansa Rostock und dann gehen wir jetzt mal hier rein in die aktuellen S04 News. Und wir starten mit unserem neuen Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann, der offiziell am 1. Januar bei uns anfangen wird. Aktuell ist er noch bei Trivago angestellt, dann wechselt er eben zum 1. Januar zu uns auf die Geschäftsstelle nach Gelsenkirchen, aber er ist bereits jetzt in Prozesse involviert und entscheidet auch schon durchaus mit. Denn Recherchen der Watz haben ergeben, dass sich Tillmann bereits um drei zentrale Themenbereiche kümmert und der wichtigste dabei ist natürlich der Sport. Er wird zwar erst die Verträge unterschreiben müssen, was die Kaderplanung angeht, wenn er dann auch offiziell am 1. Januar übernommen hat, aber in Sachen Kaderplanung will sich Matthias Tillmann ohnehin nicht einmischen. Da vertraut er auf André Hechelmann und Karel Gerrerts. Es geht dann aber vor allem darum, zusammen mit Axel Hefer zu entscheiden, wie man eben die Position des Sportvorstandes nachbesetzen kann. Denn Peter Knebel ist ja spätestens zum 30. Juni weg, vielleicht auch schon ein bisschen früher an den Wintertransfers ist er bereits nicht mehr beteiligt. Und deswegen wird eben jetzt auch Matthias Tillmann ganz genau überlegen, wer wird der Nachfolger von Peter Knebel? Ändert man die Strukturen? Übernimmt er vielleicht selber sogar das Sportresort, wodurch die Position des Sportdirektors noch einmal erheblich gestärkt werden würde? Was auf jeden Fall klar ist, Hechelmann bekommt diese Transferperiode im Winter auf jeden Fall noch. Er kann dann Forschung und Aufsichtsrat von sich noch einmal überzeugen. Es dürfte laut der Watz aber seine letzte Chance sein. Und dann ist er natürlich ein zweiter Punkt, der vielleicht sogar aufgrund der aktuellen Situation noch einmal wichtiger ist. Und das ist die Sponsorensuche. Denn auch da ist Matthias Tillmann bereits involviert. Denn es ist natürlich jetzt wichtig, neue Sponsoren zu finden. Und man hat ja auch einen externen Vermarkter in die Suche nach einem Nachfolger von Felddienst hinzugeholt. Und da war auch Tillmann bereits mit beteiligt, an dieser Entscheidung das zu tun. Zudem bemüht er sich laut der Watz darum, möglichst viele schon vor Amtsantritt kennenzulernen. Beispielsweise am Rande der Spiele, die hat Tillmann eben jetzt auch schon besucht, oder durch die digitale Gesprächsangebote. Ganz interessant, am letzten Freitag kam es auch dann zu einem großen Treffen von Tillmann mit Vertretern der größten Sponsoren. Und da war auch unter anderem Premium-Partner Böcklund da dabei, oder zumindest dürften die dabei gewesen sein. Weitere Infos gibt es da noch nicht. Und deswegen war da die spannende Frage, ob Clemens Tönnies vielleicht sogar vor Ort war, der wiederum großer Kritiker von Axel Hefer ist. Da gibt es leider keine weiteren Informationen. Aber das Thema Sponsoring ist natürlich ein zentrales bei der Arbeit von Matthias Tillmann. Und dann wäre noch der dritte Punkt, und das sind die Finanzen. Auch die sind natürlich wichtig für Tillmann. Aber mit dem Thema will er sich gar nicht so ausführlich beschäftigen. Auch wenn er natürlich als Finanzchef von Trivago dort besonders gut vernetzt ist und natürlich vielleicht auch die besten Fähigkeiten mitbringt. Aber er sieht Schalkes Finanzen bei Christina Rühlhamers in sehr, sehr guten Händen, die sich auch zudem in Dingen wie die Zensierung extrem gut auskennt. Und deswegen geht es jetzt auf jeden Fall darum, vor allen Dingen eben auch von Matthias Tillmann, für Christina Rühlhamers mal Ideen zu haben, die finanzielle Situation zu verbessern, Chancen zu kreieren. Und auch das ist auf jeden Fall schon mal klar. Also Matthias Tillmann, auch wenn er erst offiziell am 1. Januar bei uns anfängt, ist schon jetzt deutlich mehr im Boot, als vielleicht manche gedacht haben. Und wenn wir dann über das Thema Sponsoring sprechen und natürlich auch die Suche nach einem neuen Hauptsponsor, ist natürlich auch da die Frage, wer wird es denn im nächsten Sommer werden? Klar ist, erste Gespräche werden auf jeden Fall jetzt schon geführt. Die Entscheidung wird aber natürlich auch noch ein bisschen dauern. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man die erst unabhängig davon, wer es werden wird, nach der Saison verkünden wird. Aber natürlich ist auch klar, dass es deutlich besser laufen muss, als im Vorjahr. Axel Lefer hat sich auch nur noch mal über die Suche nach einem neuen Hauptsponsor gegenüber dem Kicker geäußert. Wir nehmen ein hohes, grundsätzliches Interesse wahr, allerdings davon nicht vergessen, dass das wirtschaftliche Umfeld aktuell nicht einfach ist. Zudem treffen große internationale Unternehmen ihre Sponsoring-Entscheidungen nicht kurzfristig. Deshalb befinden wir uns schon jetzt auf der Suche nach einem neuen, namhaften und möglichst langfristigen Partner. Dazu haben wir uns Unterstützung geholt. Ein externer Vermarkter wird an unserer Seite stehen und sein Netzwerk bei der Suche nach einem Hauptsponsor mit einbringen. In dieser strategischen Entscheidung war Matthias bereits voll eingebunden. Und da hat eben auch Hever noch einmal bestätigt, dass es bei der Sponsorensuche diesen externen Vermarkter gibt. Matthias Tillmann da bereits mit eingebunden war und somit jetzt natürlich auch die Suche läuft. Ich finde es auf jeden Fall ganz interessant, dass man sich auch erneut vornimmt, einen namhaften, möglichst langfristigen Partner als Hauptsponsor zu finden. Denn ähnlich hat es ja auch bereits Ben Schröder formuliert nach dem Aus von meinauto.de. Und da war ja wohl vor allem auch Nissan eine mögliche Option als neuer Hauptsponsor. Schalke hat wohl bereits im Sommer Videos zusammengeschnitten, um sie Nissan zu schicken und diese eben dann von einem möglichen Engagement zu überzeugen. Aber der Deutschlandchef von Nissan hat es allerdings auf höherer Konzernebene nicht schnell genug geschafft, die ganze Geschichte durchbringen zu können. Und deswegen stand ja Schalke kurz vor Saisonstart ohne Hauptsponsor da. Und daran sieht man ja auch noch einmal, dass die ganze Geschichte mit Nissan tatsächlich ernster war und auch weiter war, als vielleicht viele gedacht haben. Am Ende wollte man ja hier wohl auch ein gewisses Budget oder gewisse Einnahmen von 5 Millionen Euro haben. Felddienst zahlt er wohl in der aktuellen Saison maximal, wenn alle Prämien, Klauseln und sowas greifen, 3 Millionen. Und deswegen ist es für mich auch wirklich unglaublich wichtig, auch schon jetzt auf der Suche zu sein. Klar, Interesse wird sicherlich da sein. Am Ende muss aber natürlich auch alles passen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Schalke auch hier mit Nissan nochmal in Gespräche gehen wird. Denn es wurde auch nun nochmal darüber spekuliert, dass ja Nissan grundsätzlich passen sollte, weil es ja eben auch durchaus daran lag, dass es zeitlich etwas zu knapp war für den Deutschlandchef von Nissan, die ganze Geschichte auf höherer Konzernebene durchzubringen. Somit kann ich mir im Fünfer ganz gut vorstellen, dass Nissan auch hier ein weiterer Kandidat sein könnte. Und dann kommen wir mal zu den sportlichen Themen rund um unsere Mannschaft. Und dort erwartet uns ja ab dem nächsten Kalenderjahr erneut eine Torwart-Debatte. Bereits in den letzten Monaten haben wir über das Tor auf jeden Fall bei uns sehr viel diskutiert. Nach dem Bundesliga-Abstieg war eigentlich für uns alle klar, Ralf Fährmann ist die klare Nummer 1. Nachdem er sich verletzt hat und Marius Müller gespielt hat, war glaube ich für uns auch alle klar, Marius Müller ist die klare Nummer 1. Und seitdem er verletzungsbedingt fehlt, haben ja sowohl Michi Langer, Justin Hekerin, als auch Ralf Fährmann gespielt. Und Fährmann bekommt ja nun auch unter Karel Gerrads erstmal das Vertrauen. Aber es ist Schalkes klarer Plan, Marius Müller am Anfang des nächsten Jahres bereits wieder im Training zu haben. Und somit geht eben auch dann laut der Watz die Torwart-Debatte in die nächste Runde. Karel Gerrads hat sich auch dazu nochmal geäußert. Marius macht gerade seine ersten Schritte auf dem Feld. Die Idee dahinter ist, dass er für die Rückrunde fit ist, wenn wir am 2. oder 3. Januar nach der Winterpause wieder zusammen sind. Und somit wird sich auch dann ein intensives, spannendes Duell geliefert, um den Platz zwischen den Pfosten, zwischen Ralf Fährmann und Marius Müller. Und hier ist natürlich auch dann die interessante Frage, und die wir jetzt mal hier mit reinnehmen können, wo wird denn dieses Duell im Tor dann sozusagen auch starten? Denn grundsätzlich war es in den vergangenen Jahren oftmals so, dass unsere Mannschaft kurz an dem Rückrundenstart nochmal ins Trainingslager geflogen ist. Letztes Jahr waren wir ja dort auch noch einmal in Belek und für Karel Gerrerts wäre das auf jeden Fall auch wichtig und trotzdem ist hier noch keine offizielle Entscheidung gefallen. Es ist sehr wichtig, weil du die ganze Mannschaft zusammen machst, weil du eigene Arzente setzen kannst. Für mich ist ein Trainingslager ein logischer Schritt. Und eigentlich wollte Schalke auch erneut nach Belek fliegen. Man war auch in den Planungen bereits vor Monaten sehr, sehr weit. Aus politischen Gründen hat man sich aber ja auch dagegen entschieden und hat ein neues Ziel gesucht, vorrangig in Portugal. Aber da gibt es irgendwie auch weiterhin noch keine offiziellen Meldungen. Also Schalke ist wohl immer noch nicht fündig geworden nach einem perfekten Platz für das Trainingslager. Klar, ist auch nicht so einfach, Testspielgegner kurzfristig zu organisieren. Aber natürlich hätte man sowas auch schon deutlich eher hinbekommen können. Deswegen soll es wohl auch bald eine Antwort auf die Trainingslagerfrage geben, denn natürlich wollen, wenn dann auch gerne ein paar Fans zumindest mal Schalke nachreisen, mit dabei sein. Und dann ist natürlich auch egal, wohin es geht. Aber hier wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen logischerweise was passieren müssen. Und dann wird wohl möglich auch im Trainingslager das Duell starten zwischen Marius Müller und Ralf Fehrmann im Tor. Und dann wäre da noch so eine Geschichte, die Norbert Elgert erzählt hat und durchaus für Diskussionen bei Schalke-Fans gesorgt hat. Norbert Elgert ist ja auch weiterhin unser sehr erfolgreicher U19-Trainer und ist natürlich einer, der vor allen Dingen auch seinen jungen Talenten Werte mit auf den Weg geben will. Und man hört ja auch immer wieder, er hält dann Talente auch gerne oftmals etwas länger bei sich, als sie schon zu früh zu den Profis zu schicken. Und das hat er auch nochmal über die Ausbildung von Talenten erklärt. In meinen fast drei Jahrzehnten bei Schalke 04 sind mehr als 130 meiner ehemaligen Spieler im nationalen, aber auch internationalen Profibereich gelandet. Das ist definitiv kein Zufall und nur möglich, wenn man nicht forschen und unter Quotendruck handelt. Um im Profifußball stabil Fuß zu fassen, braucht man ein starkes, ganzheitliches Fundament. Sportliches Talent ist Grundvoraussetzungen, aber nur ein Startpunkt. Um sich bei den Profis durchzusetzen, brauchen meine Jungs vor allen Dingen auch ein Talent dafür, Hindernisse und Schwierigkeiten zu überwinden. Auch Talent ist ein Muskel, der über viele Jahre fleißig trainiert werden muss. Hat Elgert hier gegenüber dem Kicker noch einmal erklärt, was für ihn eben auch wichtig ist. Und ich glaube, mit der Herangehensweise hilft Elgert jungen Spielern auch schon, in den Profibereich zu kommen, ihren Weg zu finden. Und er hat eben auch nochmal klar gemacht, es geht für ihn nicht darum, vorschnell irgendwelche Spieler in den Profibereich hochzuziehen. Und deswegen hat er sich auch nochmal ganz klar darüber geäußert, wie das seiner Meinung nach ablaufen muss. Ich habe mich in der Vergangenheit immer dann gemeldet, wenn ich der Meinung war, dass einer meiner Jungs soweit ist und der Mannschaft helfen kann. Das ist unsere Hauptaufgabe. Aber es muss eben Sinn ergeben und die Talente müssen es sich über einen langen Zeitraum verdient und erarbeitet haben. Denn viele von uns Fans fordern ja auch immer wieder, dass junge Talente vielleicht auch mal schneller eine Chance bekommen. Und ich glaube, dass das bei Schalke eben tatsächlich auch daran liegt, dass eben Norbert Elgert oftmals noch so ein bisschen die Hand drauf hat und sagt, nee, nee, den lassen wir lieber nochmal bei uns und der kommt dann vielleicht erst in einem halben Jahr in dem Profibereich an. Deswegen muss man natürlich auf der einen Seite sagen, dass es gut ist, wie viele junge Spieler Norbert Elgert natürlich ausgebildet hat. Wir kennen alle die großen Namen, aber und auch das gehört für mich durchaus dazu bei der ganzen Personalie Norbert Elgert, Jugendbereich auf Schalke. In den letzten Jahren hat das aber auch schon nachgelassen. Das liegt sicherlich grundsätzlich auch in unserer sportlichen Situation. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir dann tatsächlich mal bei dem einen oder anderen zu lange gewartet haben, bis man in dem Profibereich eine Chance gegeben hat. Denn man darf natürlich auch nicht vergessen, dass viele von diesen jungen Spielen, die Elgert anspricht, auch woanders erst ihren Durchbruch als Profi geschafft haben. Und dann gab es eine Aussage von Norbert Elgert, die bei Schalke-Fans für sehr viel Kritik gesorgt hat, denn der Kicker hat ihn gefragt, ob es denn bereits Kontakt zwischen ihm und Karel Gerrerts gab. Und dann hat Norbert Elgert kurz und knapp Folgendes gesagt. Wir kennen uns noch gar nicht. Und da haben dann viele schon direkt geschrieben, Karel Gerrerts, wie kann es denn sein? Du hast unseren Verein nicht verstanden. Du hast zwar aktuell viel zu tun, aber irgendwann mal das Gespräch zu suchen mit dem U19-Trainer sollte doch drin sein. Und da war ich schon wirklich von der Reaktion sehr überrascht. Denn Karel Gerrerts hat aktuell sehr viel zu tun. Der muss, seitdem er da ist, unglaublich viele Baustellen lösen. Und er hat natürlich auch schon gezeigt, dass er jungen Talente hochziehen will, dass er jungen Talenten eine Chance gibt. Keke Top ist sicherlich aktuell das beste Beispiel. Auch Van der Sloot oder Kaperos, die zumindest mal mittrainieren dürfen aus der U23. Und jetzt da irgendeine unnötige Diskussion aufzumachen, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Karel Gerrerts wird über kurz oder lang das Gespräch mit Norbert Elgert suchen. Und deswegen hoffe ich mal nicht, dass daraus jetzt noch mehr gemacht wird, als es ist. Norbert Elgert selber hat sich auch da nochmal grundsätzlich zu seiner Zukunft geäußert. Ich bin dankbar, dass ich das alles machen durfte. Die nächsten beiden Jahre als U19-Trainer habe ich Matthias Schobert meinen Jungs fest zugesagt. Was danach passiert, wird man dann sehen. Und dann scheint es wohl auch durchaus möglich zu sein, dass das Kapitel Norbert Elgert als U19-Trainer enden wird. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er dann in anderer Funktion für Schalke arbeitet, aber das scheint wohl die wahrscheinlichste Variante zu sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es dann im Nachwuchsbereich weitergehen wird. Denn noch einmal, Norbert Elgert leistet seit Jahren tolle Arbeit, aber insgesamt, und das ist gar keine Wertung gegenüber Norbert Elgert, finde ich, hat die Knappenschmiede schon eine gewisse Art und Weise etwas nachgelassen in den vergangenen Jahren. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Ich verstehe auch den Punkt von Norbert Elgert, dass man Spieler vielleicht etwas länger in der Jugend halten will, als sie zu früh zu verheizen. Ich bin aber auch der Meinung, es schadet manchmal auch nicht, ein paar junge Spieler einfach mal reinzuschmeißen und dann zu gucken, was auch im Profibereich vielleicht dann auch schon möglich ist. Und jetzt könnt ihr auch mal gerne eure Meinung zu den aktuellen S04 News in die Kommentare schreiben. Ansonsten schaut, wie gesagt, gerne auf Schalke Inside Clips vorbei und dann gucken wir mal, was heute in Rostock so möglich ist. Wenn ihr das Video seht, bin ich auch schon bereits vor Ort in Rostock, habe das Video einen Tag früher für euch aufgenommen, sollte aber trotzdem heute kein Problem gewesen sein. Und dann hoffe ich auf jeden Fall mal darauf, dass wir in Rostock im besten Falle drei Punkte holen werden. Ich bin eben auch im Stadion wie angerissen, werde somit auch einen Stadion-Vlog für euch machen. Also schaut auch gerne dann nachher auf Thiele Football vorbei. Der wird logischweise auch dann im Laufe des Frühabends, sage ich mal, online kommen. Und dann haben wir natürlich auch morgen hier auf Schalke Inside viel zu besprechen mit dem Rückblick auf unser Spiel. Mal gucken, was heute passieren wird. Also eure Meinung zu diesem Video gerne in die Kommentare. Macht es gut, tschau und Glück auf an alle Schalker.